Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Du bist wahrscheinlich hier, weil du dich auf die theoretische Prüfung vorbereiten möchtest. Das machen wir jetzt gemeinsam. Wir gehen gemeinsam auf das Online-Fahrtraining. Ich hoffe, du hast dir das Lernprogramm schon runtergeladen. Link dazu findest du in der Videobeschreibung zusammen mit der Seriennummer. Und wenn du dich angemeldet hast, dann findest du hier diese vier Kacheln. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns erstmal um den geführten Lernweg kümmern. Da haben wir jetzt hier diese Ampel. Die wird jetzt erstmal auf rot bleiben. Und wir müssen dafür sorgen, mit Beantwortung der richtigen Fragen, dass die irgendwann auf grün umschaltet. Die zeigen uns dann an, dass wir prüfungsreif sind. Ich habe meinen Führerschein gemacht 2007. Seitdem ist einige Zeit vergangen. Ich habe auch noch kein Online-Fahrtraining gehabt, sondern es war damals noch auf Papierbögen. Und die Fragen haben sich auch mit der Zeit alle geändert. Dementsprechend schauen wir mal, wie das Ganze... Also wenn Fehler drin sind, ich werde die nicht rausschneiden. Ich werde hier alles von der ersten bis zur letzten Frage durchdokumentieren. Und wir können uns ja in den Kommentaren dann nochmal über die Fragen unterhalten. Gut, ich lasse die Fragen einfach vorlesen. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Was bedeutet das für Sie? Das ist Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung. Den musst du auswendig lernen können als Fahrlehrer. Sie müssen in jedem Fall auf Ihrem Vorfahrtrecht bestehen. Sie müssen mit Fehlverhalten anderer rechnen. Sie müssen vorausschauend fahren. Ja, also das ist auf jeden Fall mit defensiver Fahrweise gemeint. Hier oben siehst du übrigens immer, wie viele Fehlerpunkte eine Aufgabe bringt. Du darfst ja maximal 10 Fehlerpunkte haben. Es gibt Aufgaben, die geben dir, die haben zwei Fehlerpunkte, drei, vier oder fünf. Wobei du mit zwei schwerwiegenden Fehlern, also mit zwei, zweimal fünf Fehlerpunkten, die Prüfung auch nicht bestehen würdest. Also sprich, es kann sein, dass du nach zwei Fragen schon den Raum verlassen darfst. Das klingt immer gut. Das ist ja ein Gefahrenzeichen. Gefahrenzeichen haben ja die Eigenschaft, dass sie dreieckig sind, rot mit der Spitze nach oben. Bei Stau auf den Seitenstreifen wechseln und dort weiterfahren. Das darfst du auf keinen Fall machen. Bei Stau abbremsen und Warnblinklicht einschalten. Das ist immer gut. Der Seitenstreifen ist nicht zum Befahren da. Wie müssen Sie sich in dieser Straße verhalten, wenn Sie ein Kraftfahrzeug im Lieferverkehr fahren? Ich muss auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen. Ich darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Wenn keine Personen in der Nähe sind, darf ich schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren. Okay, das ist eine harte Frage. Grundsätzlich dürfen wir hier nur Fußgänger reingehen oder draufgehen. Und darunter ist das Zusatzzeichen Lieferverkehr frei. Da darfst du also nur durchfahren, wenn du einen Lieferschein hast, also eine Genehmigung. Und natürlich musst du auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen. Jetzt ist die Frage, darf ich nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Also die Geschwindigkeit ist immer den schwächsten Verkehrsteilnehmern anzupassen. Dementsprechend... Wenn keine Personen in der Nähe sind, darf ich schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren. Das ist echt eine harte Frage. Also es ist ja kein verkehrsberuhigter Bereich. Allerdings... Boah, das ist jetzt hart. Mir würde auch keine Straße einfallen, wo es sowas hier geben würde. Wir gehen einfach mal auf Nummer sicher, was eigentlich nicht immer sicher bedeutet. Aber lassen wir uns mal überraschen. Tatsächlich, okay. Das ist aber eine komplizierte Frage, wie ich finde. Dementsprechend kannst du die hier unten noch markieren. Die landet dann in einem Ordner, den du dir immer und immer wieder anschauen kannst. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen? Durch Kurven schneiden. Durch zu spätes Abblenden. Durch zu großen Abstand nach vorn. Okay, also Kurven schneiden heißt einfach, dass du die Kurve in der Ideallinie fährst. Also sprich, kurzfristig vielleicht auch mal durch den Gegenverkehr fährst. Und dadurch kann natürlich eine Gefährdung entstehen. Zu spätes Abblenden. Da weiß auch nicht jeder gleich, was gemeint ist. Und zwar fährst du ja nachts zum Beispiel auf der Landstraße eventuell mit Fernlicht. Und Abblenden heißt nur, dass du das Fernlicht ausschaltest und weiterhin mit Abblendlicht fährst. Wenn du weiter mit Fernlicht fährst und es kommt zum Beispiel Gegenverkehr, den du blenden würdest, dann könnte eine Gefährdung entstehen. Durch zu großen Abstand wohl eher weniger. Was kann Haschisch-Konsum bewirken? Verbesserte Zeiteinschätzung. Da musst du mal aufpassen. Da kann auch ein Zwischenwort drinstehen, was dann die Antwort umgekehrt darstellen lässt. Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung des Reaktionsvermögens. Klingt gut. Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen. Perfekt. Also da kann auch irgendwo zum Beispiel ein Nicht drinstehen. Wie wird der berauschende Wirkstoff von Haschisch im Körper abgebaut? Gleichmäßig 0,1 Promille je Stunde. Also Promille, das ist ja Alkohol. Und es wird sogar stimmen bei Alkohol. Ungefähr 0,1 Promille pro Stunde. Aber das ist eine andere Frage. Ungleichmäßig, zeitlich nicht abschätzbar. Ja. Gleichmäßig 0,1 Gramm je Stunde. Gut, also das kann man nicht sagen. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf Explosionsgefahr an einer Tankstelle durch Elektrogeräte. Auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge. Auf die Möglichkeit zum Aufladen von Mobiltelefonen. Mein Gott, was für ein Quatsch. Also manchmal denkst du dir auch, was für ein Blödsinn. Aber die Frage gibt zum Beispiel auch nur zwei Fehlerpunkte. Wie müssen sie sich hier verhalten? Das ist der Verzögerungsstreifen oder Ausfädelungsstreifen von der Autobahn. Geschwindigkeit nochmals kontrollieren. Gegebenenfalls abbremsen. Ja, das ist gefährlich. Wenn du längere Zeit auf der Autobahn mit hoher Geschwindigkeit fährst und dann die Autobahn verlässt und du bremst zum Beispiel von 150 auf 80 runter, dann kommt dir das vor, als würdest du in der 30er-Zone fahren. Aber wenn du auf den Tacho nochmal drauf schaust, dann steht da 80 kmh und 80 kmh könnte für die Kurve da vorne zum Beispiel zu schnell sein. Erst in der Kurve abbremsen, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Ja, wenn es zu spät ist dann, ja. Also der Verzögerungsstreifen ist natürlich zum Verzögern da. Sie fahren innerorts hinter einem Fahrzeug mit ortsfremdem Kennzeichen. Was könnte geschehen? Da ist es gefährlich. Der Vorausfahrende betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät. Ja, also da musst du davon ausgehen, stell dir mal vor, du fährst in ein fremdes Land mit dem Auto und du hast halt einfach keine Ahnung, wie die Verkehrsregeln sind, wo du hin musst, ob es jetzt die erste Ausfahrt ist oder die zweite und dann kann sowas durchaus passieren. Der Vorausfahrende bremst unerwartet. Ein Klassiker. Der Vorausfahrende hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen. Hier zum Beispiel sind alle drei Antworten richtig. Das kann auch sein. Es kann auch sein, dass nur eine Antwort richtig ist oder alle drei. Was nicht sein kann, ist, dass gar keine Antwort nicht richtig ist. Gut. Was zeichnet einen verantwortungsvollen Fahrzeugführer aus? Er kann sich im Straßenverkehr durchsetzen. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt anders gemeint. Also das kreuzt du bitte nicht an. Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern. Da ist es sehr gut. Das macht einen sehr guten Fahrer aus, auf jeden Fall. Sehr wichtig. Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren. Ja, sowieso. Sie überholen auf der Autobahn mehrere Fahrzeuge. Hinter ihnen naht ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Blinker und Lichthupe. Wie verhalten sie sich? Erstmal cool bleiben, das ist ganz wichtig. Ich fordere den Nachfolgenden durch kurzes Bremsen auf, mehr Abstand einzuhalten. Das ist das Blödste, was du machen kannst mit dem Bremsen. Also du darfst nicht ohne Grund bremsen. Da kann ja auch eine Gefährdung entstehen. Ich fordere den Nachfolgenden durch kurzes Einschalten des Warnblinklichts auf, mehr Abstand einzuhalten. Damit wirst du wahrscheinlich noch aggressiver machen. Ich fahre weiter, bis ich wieder in den rechten Fahrstreifen wechseln kann. Ja, das machst du. Und zwar zügig, aber nicht übertreiben. Also in deinem Tempo einfach. Einfach ruhig bleiben, in deinem Tempo. Oh, eine Videofrage. Die konnte ich zum Beispiel, früher gab es die nicht. Ja, früher hast du alles nur auf Papier gehabt. Und jetzt ist es so, du kannst dir das Video bis zu fünfmal anschauen. Und danach geht es dann zur Aufgabenstellung. Okay, also wir fahren 130. Aha, da kommt einer auf die Autobahn. Gut. Wie gesagt, du kannst das Video bis zu fünfmal anschauen. Wir gehen jetzt mal gleich zur Aufgabenstellung. Das ist eine Scheißfrage. Die gibt auch fünf Fehlerpunkte. Und zwar, wenn du sowas hier in der Theorieprüfung, äh, für die Theorie lernst und du wirst es so im Straßenverkehr machen, dann kann es unter Umständen zu Missverständnissen, ja, zu Missverständnissen führen. Also in der Theorie wird wahrscheinlich verlangt, ich werde dir auch gleich markieren, dass du die Geschwindigkeit reduzieren sollst. Wirst du das aber im Straßenverkehr machen, dann könnte es unter Umständen sogar richtig gefährlich werden. Jetzt schauen wir uns mal die Antwort an. Tatsächlich, also wir werden die irgendwann mal, vielleicht mache ich ein extra Video zu diesen Fragen, die wo einfach nichts mit der Praxis zu tun haben oder vielleicht nur unter Umständen, weil die werden dir in der praktischen Prüfung oder in der Ausbildung eventuell den Kopf kosten. Gut. Ja, dann würde ich vorschlagen, um keine weiteren Videos zu verpassen, kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Bis dann.